Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde von Jump Wars. Heute immer noch alleine. Wir sind etwas krank, aber ich kann aufnehmen, den Gegner zu Denise. Da ist es anscheinend schlimmer. Ich bin auch noch gar nicht geredet außer geskypt, also geschriebenen Skype, aber egal. So, ich nehme trotzdem ein Video auf, weil ich finde, dass ihr was sehen sollt. Ich will ja nicht einfach gar kein Video machen. Das finde ich auch doof. Aber das geht schon. Ich nehme einfach eben auf und danach kann ich so gesehen wieder ins Bett gehen. Was ich eh nicht machen werde, aber trotzdem. Ich könnte es. Okay. Vielleicht wird es noch meine Stimme. Meine Stimme ist etwas tiefer. Ich liege wahrscheinlich erstens daran, dass ich gerade eben erst aufgestanden bin und zweitens, dass ich halt etwas erkältet bin oder werde, was nicht so geil ist, weil ich ungern erkältet bin. Ich hasse das nämlich. Vor allem, wenn das so gestern so schön war mit Übelkeiten und so. Das ist richtig geil. Aber, keine Ahnung, haben wir uns irgendwas eingefangen. Irgendein Virus wahrscheinlich, der gerade irgendwie rumgeht wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Egal. YOLO. Ich will euch die ganze Zeit, damit die jetzt nerven, dass sie krank sind oder auch. Was habe ich bekommen? Ach, noch ein Gold. Das ist wunderbar. Mittlerweile scheine ich hier bessere Items zu bekommen. Ich glaube, die haben das mal umgeschrieben, dass man hier irgendwie bessere Items bekommt. Denn das hat da irgendjemand auch mal geschrieben, als Hauptner hier in der Runde war. Bei mir nicht, weil ich bin rausgekriegt worden von seiner Freundin. Aber Denise hat es gesehen, da die noch da war. Und da hatte einer geschrieben, dass die halt hier mal bessere Items reinmachen sollten. Und da hat er geschrieben. Ja. Sind wir dran. Und das ist sehr cool. Und das haben die wahrscheinlich schon gemacht. Ich weiß nicht. Auch hier wieder mein Lieblingsmodul. Nicht. Aber ich scheine es mittlerweile zu können. Also bis hier vorne geht es immer, aber bis nach hinten wieder die Glowstone-Blöcke kommen, ist es dann schon schwieriger. Aber seitdem ich jetzt schon so mal privat noch gespielt habe, das tue ich nämlich auch noch, habe ich es eigentlich immer geschafft direkt. Und bin ich mir runtergefallen. Ich hoffe, das passiert jetzt auch nicht. Perfekt. Seht ihr. Ich habe mittlerweile den Dreh raus. Wie es funktioniert. Warum hat man das jetzt gerade so krass gerollt? Ich mache es eigentlich nicht. Aber naja. Ich laver Blödsinn. Das ist vielleicht für euch witzig. Für mich aber auch peinlich. Keine Ahnung. Leute, entschuldigt das. Ich bin heute nicht ganz bei der Sache. So. Zack. Wir haben aber schon mal ganz gute Sachen. Ich habe schon mal ein Eisenbrustpanzer, womit ich schon mal sehr zufrieden bin. Und Eisenschuhe. Die Waffe könnte natürlich jetzt noch Dia werden, aber... Also... Dia-Axt oder halt Eisenschwert. Und sonst... ...wär ich zufrieden. So. Was bekommen wir hier? Gold. Alles klar. Tschüss. Gold ist es mir nicht wert. Gold. So. Und hier dieses Modul ist jetzt auch etwas schwierig, aber machbar auf jeden Fall. Zack. Auf meinem Bogen. Ja, ist ja nicht so, dass ich schon einen habe. Und... Oh Gott. Okay, dann hätte ich mir hinten stehen müssen. Oh, da gibt es hier eigentlich Kissen. Okay, doch nicht. Hier ist es ein bisschen schwierig, eine Kiste zu finden. Dadurch, dass die ganzen Bücherregale fast dieselbe Textur haben. Also die Farbe. Ich weiß, da genau da vorne steht nämlich eine. Seht ihr das? Das sieht man schlechter. Aber... Oh. Perfekt. Ist zwar dasselbe, aber egal. Es fehlt nur noch eine gute Hose. Die sollten wir aber auch gleich bekommen. Hoffentlich. Sonst ist es gar nicht so schlimm. Ich hab ja... Ach, das kann man nie machen, ne? Also man könnte wahrscheinlich irgendwie, aber keine Ahnung wie. Zack, da ist mein Eisenschwert. Perfekt. Jetzt sind wir schon mal ganz gut ausgerüstet. Ich hab ja gesagt, wir haben die Items geändert. Also die haben die gemacht, dass man hier auf wenigstens, wenn man weiterkommt, auch bessere Sachen bekommt. Und nicht, wie es vorher immer war, dass man mit einer Goldrüstung ins Deathmatch kommt. Oder wie es bei mir schon mal war. Eisenschuhe und nichts anderes. Aber Eisenschwert und drei Goldäpfel. War geil. Ein Zwei-Goldäpfel. Man kriegt ja nur drei Ender-Schists hier. Das fand ich auf jeden Fall sehr geil. So, ist das hier vorne, glaube ich, noch eine Kiste gewesen? Ne, doch nicht. So, jetzt kommt dieser Sprung hier. Ach, ich hab den seit... Seit ein paar Malen, wo ich das schon gespielt hab und dieses Modul hier kam. Nicht mehr geschafft. Keine Ahnung, was da los ist, aber... Schauen wir mal. Ich komm mir gut voran. Ich bin auch gerade auf dem ersten Platz. Zwar nicht weit vorne, aber... Immerhin erster Platz. Das heißt, die anderen haben diese Kisten hier höchstwahrscheinlich noch nicht. Könnte ein Vorteil sein. Ich hätte halt gerne noch eine Eisenhose, aber... Sonst bin ich zufrieden damit, was ich jetzt gerade habe. Ich könnte auch versuchen, da hinzukommen, aber das glaube ich schwieriger, oder? Ich versuch's einfach. Ah, okay. Mach ich mein nächstes Mal auch so. Dann hab ich diesen blöden Sprung dann nicht mehr. So. Okay, Eisenschwur haben wir schon. Tun wir die weg. Hier kriegt man auch immer richtig schön viele Kisten und da spring ich einfach mal drunter. Alles klar. Was mache ich? Okay, ich sollte mich mehr konzentrieren, die Sprünge zu machen. Okay, so. Ein bisschen nach hinten gehen. Ein bisschen nach hinten gehen und dann hier einer springt. Okay, Essen hab ich auf jeden Fall genug. Das ist auch gut, weil meistens hab ich auch nie Essen gehabt. Und das ist dann nicht geil. Wenn man dann, keine Ahnung, noch einen Gegner hat, aber nicht raggen kann. Also das ist gar ein Sternschmerz. Ah, das ist das Ziel schon. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir rein da. Und zack. Machen wir so. Dann haben wir noch vier Pfeile. Alles klar. Ja, wir haben leider keine gute Hose bekommen, aber sind wir mit zufrieden. Ich hoffe, die anderen sind nicht besser equipped. Okay, der hat nur einen Eisenhelm und einen Schuhe. Kein Brustpanzer. Der hat genau das andersrum. Ja, keine Hose, aber ein Brustpanzer. Gut. Welche Ölchen von denen nehm ich mir. Ich glaub, ich nehm erstmal den hier. Och, der hat doch nur eine Holzachs. Komm. Das sollte ich auch bekommen, wenn du nicht so laufen würdest wie ich auch. Zack. Wenn wir jetzt nur einen killen, dann haben wir schon unsere Schuhe verzaubert. Komm mal her, Stegi. Ja, ganz nette Idee. Aber du hast jetzt so viel gespimt, dass dein Feuerzeug schon kaputt ist. Kann ich mal auf, wenn die nächste brennen. Wäre ganz nice. Ach man, komm. Ja, komm du mal her. Du denkst jetzt wahrscheinlich so, oh, die ist leicht zu machen. Aber nein. Aha. Kleiner Boss, wenn wir da oben. Oder Camper, eher gesagt, fast sogar. Alles klar. Gut. Gut. Wie ihr mich auf einmal so krass hinten... Ja, klar, gib mir noch einen hit. Ach, wie die sich boosten. Ja, nice. Teamen die jetzt noch gegen mich, oder was? Ja, ist mir egal. Ich kann noch lange weglaufen, bis ich voll bin. So, hier könnte ich ihn jetzt runterkicken. Ja, okay, dann hat er kein Knockback. Alles klar. Das ist ja geil. Jetzt habe ich einen Goldapfel für diesen Penner da oben gegessen. Na, komm her. Na geil. Fallschaden. Umsonsten zu bekommen. So, da oben gehe ich auf jeden Fall auch hin. Ich bleibe wieder gerade irgendwie vor mir stand. Gehen wir mal hier runter, essen mal kurz was. Lol. Ja, so kann man auch gewinnen. Nice. Ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und mach's gut, bis dann. Ciao.